Piuu! Was geht ab, Freunde? Und willkommen zu einem neuen GIGE-Video. Versuche nicht zu lachen-Challenge, Fail-Compilation. Also ein riesiger Zusammenschnitt aus Fail-Videos. Und da Fail-Videos sehr gut ankommen und ich nach Klickhausen möchte eines Tages, mache ich das jetzt, ja? Klickhausen! Was ich allerdings nicht verstehen kann, warum Leute tatsächlich Fail-Videos lustig finden. Ich meine, da verletzt sich irgendwer, bricht sich den Arm, ein Kind fällt hin oder so. Was ist daran lustig? Ich denke mal, das wird für mich relativ easy. Eine Bestrafung habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Falls ich lache, was kann ich denn machen? Keine Ahnung. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Okay. Aber ich weiß, ich werde nicht lachen. Fangen wir mit dem Video an, Leute. Let's fucking go für die Boys. Wanna be featured? Ja, klar will ich featured werden. Po! 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 Seht ihr? Heftig! Das ist doch nicht witzig. Das tut mir weh, sowas zu tun. Das Kind. Das Kind! Vorsicht! Das meint dich, Freunde! Das ist nicht witzig! Okay, das sieht witzig aus. Was machen die Retats da? Was macht ihr da? Oh, diese Lache ist witzig. Was machen die Retats da? Was machen die Retats da? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Dad, whoops! Oh, Gott! Hat doch gerade gar nichts gesehen. Oh, dude, are you okay? Der Erste, der nicht lacht und wirklich seinen Kumpel fragt, ob er in Ordnung ist. Oh, dude, are you okay? Are you okay? 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 Wow! Okay, der hat aber geschrien. Der weint nicht mal. Der ist süß. Der weint nicht mal. GG! Oh, da ist ne Lampe kaputt gegangen. Gut, gut! Gut, gut! Das ist ein Warrenpsheimer verursacht. Ja, dein erlaszt Int stretch. Okay, gut gehen! Wow! San Andreas Christoph compartil XYZ! Prank! Prank! Just a Prank, Bro! Kinder Prank! Mach der da! Das hat er verdient, Mann! Oh, das ist doch mal gut gegangen! What? Das ist crazy, Alter! What the fuck? Oh nein, das ist das Gefährte! Oh shit! Oh shit, ich sehe es schon kommen! Oh okay! Oh shit, das ist witzig! Oh, das Eis wird brechen! Das Eis wird brechen! Wie die sich versuchen zu retten! Lächerlich! Wie die sich versuchen zu retten! Oh, der ist witzig! Verdient! Was ist das Eis? Warum macht man sowas? Das ist doch klar, dass das irgendwann bricht, wenn du drauf gehst! Ja! Wollt ihr befeatured? Ja! Ich will befeatured werden! Alter, ja! 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 Oh! 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 Deswegen würde ich nie irgendwo ein Looping machen! Erstens, ich bin, ich kann das nicht mit dem Dummkopf! Und zweitens, GG! Das passiert dann! Oh, der blutet! Oh, ich werde age-restricted! Das war's! Das war's! Das war's! So einfach! Easy Game, oder? Freunde! Fail-Videos sind nicht lustig! Leute verletzen sich! Das ist pure Schadenfreude! Falls ihr nicht lachen musstet, gebt trotzdem einen Daumen hoch! Gebt nicht mir die Schuld! Ich hasse Fail-Videos genauso! Folgt mir auf Instagram und Twitter! Das war's mit dem Video! Ich wünsche euch einen schönen Tag! Wir sehen uns! Peace! Okay!